ich habe nur kurz wir resettet weil ich bin doppelhörer manchmal weiß ich wieso okay die sind anscheinend die sind wahrscheinlich 5q ist was ist das ich glaube der jasuo ist ein smurf der hat 90% winrate auf jasuo 70% auf jinx und beides nach 7games ja dann ist das im smurf ja mit reksai werden die versuchen wahrscheinlich auch mit der durch zu ganken das heißt wir brauchen eigentlich schon countergank in der mitte von amoku botlane sind wir fein weil die können uns mit reksai ganken aber wir haben so viel disengage mit jinx choppers und jenna q ist mir fein und toplane spielt sowieso erstmal weg seit es ist das problem weil wir haben wieder drei weg seit aber wir ausgehen die halt so hart die werden später keine chance mehr haben irgendwas zu tun und bis dahin wird zwölf sein nicht zu sterben und müssen auch keine angst davor haben team zeit früher zu forsten weil allein die amomo holt in zu orient soll ist halt schon in seien der match wichtig ist auch für die tanks die kommen zu uns und wir kommen nicht zu denen das ist ganz ganz wichtig machen wir jetzt teamfights oder unter unser teamfights wird die sein das ist einfach so weil wir müssen die uns unter rennen nur halbäcker kein halbäcker aber du gehst aus dem tank die sind auch fast voll voll ad by the way also wir brauchen die früsterung und an sie hier ganz wichtig eigentlich die ps weil die wird überleben die wird effektiv überleben weil wenn wir es richtig spielen kommt die nicht durch kommen beziehungsweise alle von denen nicht durch trotzdem wenn sie gecatcht und die braucht halt sustain und klugzeit kann poken das ist gut schön groß und dann das hier hier beruhigen deswegen stellen wir uns mal zusammen das hier einfach hinstellen nicht auf wen gehen wir dann aber was vor uns ist leute wir haben wir haben zwei dapeln noch gab es auch 11 oder kreis also ist egal wenn wir gehen die sind alle tot wenn sie reingehen wir haben gar kein denken wollen schon ziel alle eigentlich ja aber lux am meisten noch nicht die wissen dass wir das schon eine minute mit kann man gehen eine minute kann man dann gehen die dann dann wählen sie nicht dann müssen sie ja weg die mann nicht die mann nicht die mann nicht die mann also steht im voraus dass er viel raumt bei 1000 gt war dann ja ich glaube nicht dass die keine küsse sind also ich beginne hat bot lane mana news scheint nicht so zu sein top lane auch nicht aber ich glaube zwar kommt nicht schon mal rein wenn die posten dagegen halten einfach mit dem kusch zwar nicht so toll dass wir den stoppen haben aber genug dass wir nicht zu hart rein ja man ist stark ist der bitte das ist reksai der ist early game immer stärker als du egal was du machst ok weiß ich bescheid ich wollte eigentlich nur wohnen und dann weg aber wissen wo der ist der ist super ja red ja ok weiß ich bescheid ja reksai ist von den Gegnern am gefährlichsten also kills auf den vermeiden so wie es geht und lux ist ja ein einziger api-quellen so lange die nicht snowballen killen wir die alle weggehen zumindest der schlusspunkt sollte man noch dass die kein tank haben und der gegenhalten mit dem push dagegenhalten mit dem push wir dürfen jetzt nicht so hart 1.000 1. vision aufpassen wo könnte reksai jetzt sein topside muss topside jetzt sein ここ top6 auch kein puses was als reksai reksai saib dann stempel wenn Rixler war schon Base Er kommt hier, er kommt hier, er kommt hier Kann ja gar nicht versuchen Ich will mich kennen nehmen Ich wär da Ich hab noch einen Q Sehr schön, den können wir auch noch Lauf einfach Okay, kennt mich nicht Ich brauch die W Naja, gut, dass du hier kriegst Ich hab kein Mana Jetzt hab ich Mana Für die Sticks Ja Er hat gegreetet am Anfang Ich hab am Anfang gegreetet Jetzt hat er gegreetet Jetzt sind wir hier Beide raus Top lane 0, Knight So, schön Ja, doch ja Wreckside könnte den allein schon gemacht haben Okay, das ist miss Ihr könnt auch einfach Base gegangen sein Ne, mach Break Ah, ich würde dann gehen wir Das ist ein kack, Drake brauchen wir das nicht Ja, muss ich flashen Ich komme raus Ich werde da, äh, ne, laut nicht, ich werde nicht da Ne, du bist noch da Bitte nicht, Gott Einfach nicht, Gott nicht Einfach nix, einfach raus Mitteln pusht aus Der könnte auch unten sein Ne, der ist hier So, schwul nicht vergessen, Jinx Es ist wichtig, dass wir gegen die Schuhe bauen Ne? Nice Der Wagsire könnte top sein, ich vond 지ch Ich bin da.. ready Ich bin aber in der Nähe so, als ich sehe, dass jemand da ist, Gmovish. Naja. Wie läuft Topline? Spannend. Ich darf farmen. Oh, das ist süß. Solange dein CS bekommst, dann W6 ist es fein. Naja, ich hab fast 200. Gegen Range Topline ist insane. Der hat ja Vision lektiert. Okay. Wir brauchen den Feld, aufpassen. Ja, wie gesagt, sehr hart geändert. Das ist ja... Ich weiß nicht wieso. Die denken, ich bin der alte Auregen. Ja. Ich hab Ult, Leute. Wir haben noch keine. Wir haben noch keine. Okay, gut. Dann mach ich meine Kappe. Die kannst du jetzt springen. Ja. Wir haben Ult, die haben Ult. Dürfen uns nicht wecken. Kamera hat schon Ult. Ey, ja, so fehlt. Wir passen auf Topline. Also ich hab auch Ult. Nur Jenna nicht. Lux auch nicht. Sehen die mich nicht. Wie sieht's aus? Hm. Lux und Jenna haben noch keine Ult. Lux jetzt schon, aber... Ja, die haben Ult Advantage. Ich hab Rot auf Agen. Töten wir uns, oder wie? Einfach auf Lux. Okay, jetzt aufs Ende, ja. Geht für mich. Die geht für mich. Okay. Ich hab Stun. 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 Töten sie, töten sie! Nee, der hat geflasht, der hat geflasht, der hat geflasht. Ja, okay. 2-4-2 ist fine. Jynx hat beide Kills bekommen. Das ist nicht schlecht. Wir können halt die Wölfen rauspushen, die nicht. Wir wollen hier den Yasuo voranbringen. Ist es wichtig, dass wir jetzt auch passen, dass wir mitnäglich zu hat. Nein, nein, nein. Ich will, wie sag ich, fallen gegen Gerino. Auf der Bot. Ja. Ja, Jynx ist da vorne. Das ist halt huge. Ich kann halt dann einfach auto-taken. Wir haben hier gerade, aber trotzdem noch zwei Dings. Das ist irrelevant, dann später. Top-Lane miss. Ah, die wurde invaded. Top-Lane hier. Ja, versucht einfach gegen Rex, da so viele Ressourcen wie es möglich ist, für euch zu retten. Weil, ja. Der hat keinen Flash, nichts. Na dann töte den. Seine E-Dier blocken. Sehr schön. Sehr gut. Wie gesagt, wir müssen nachgegenhalten ihn pushen. Na ja. Es geht. Komm nur nicht ran. Let's go, alter. Gib ihm. Der Brood gemacht. Den kann man ja das... ...Bot-Side, der Rexei. Ja. Könnte gut sein. Der Zoom ist, der kann ich nicht. Der kann auch moonen, seit vorsichtig, Bot-Lane. Ich brauche sie. Äh, wenn die zu viert sind, wollen die Tau-Dive. Ja, dann weg dann. Wenn es geht. Wenn ihr merkt... Nee, okay nicht. Der ist bitte. Der ist bitte, also braucht er nicht. Auch Rexei, bitte. Weil wir sind jetzt ziemlich low, die haben gerade verdammt viel Damage, alter. Ja. Keine Ahnung. Da könnte für Drake Bot-Side sein. Schwierig. Ich glaube, da müsst ihr einfach raus. Oh, nein. Der kann sich hier stehen, um mich zu... Nein, ich bin halb starb. Oh mein Gott, was hat sie getan? Er hat ja so geintet, was zum Fick. Er hat einfach... Er hat einfach unterschätzt das für Ultras. Okay. Oh, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Schreiig. Oh, der will jetzt nicht gebringst. Alles gut. Alles gut. Wir haben, wir haben was wir wollten. Schrongel, lass mich Baits gehen. Ich werde der Drake hier Hilfe brauchen. Ja. Luxo ist raus. Okay, gut. Das kann ich da easy machen. Ich hätte das easy doch noch nicht gemacht. Ich helfe dir? Ja, mach einfach Autotecks. Nix spammen. Ja komm, komm, wir killen sie auch noch. Das ist huge. Nicht zu viel, aber wenn die alleine ist, können wir die killen. Ja, die ist komplett alleine. Ja, die ist komplett alleine. Ihr dürft ihr keine Stacks lassen. Einfach vor den Schotten, wenns geht. Keine... Wexel kommt, ihr müsst raus, ihr müsst raus, sonst schafft es nicht. Leute, wie gesagt, ihr müsst das selber einschätzen. Wenn ihr nicht one-shot bekommen, dann dürft ihr nicht fighten. Okay, okay, das ist huge. Sehr schön. Das ist huge. Das ist so insane. Okay, dann haben wir es wieder ausgeglichen. Also Azo hat 4 kills. Das ist basically... Ja, das war mein Bad, Leute. Das war komplett mein Bad. Dann hilft das nicht, ob auch vor sind. Ihr dürft die nie unterschätzen. Weil die haben im Early-Game immer noch Pressure. Aber ist okay. Ich muss mit. Ich bin auch da. Ich auch, ich bin auch mit. Oh ja, den... Den killen wir, den killen wir. Go, go, go. Der ist alleine. Hat er Flash? Ja, hat er. Safe. Oh, er geht rum. Das ist gut. Das ist gut. Ja, ja, das ist huge. Das ist huge. Nice. Der hat das Miniotik. Ah, ich hab noch kein UL. Arschkamm, Arschkamm. Oh mein Gott. Double. Oh, du brauchst dich ja nicht. Na, no way. No, no, no. Die UL kam ja vorbeigeflogen. Äh, du bist da alleine, by the way, ne? Du musst da safe sein. Du darfst nicht da nach vorne treten. Oh, du bist weg. Weg. Lauf, lauf weg. Lauf weg. Einfach weiterlaufen. Weiter nach oben. Weiter nach oben. Weiterlaufen. Nicht anhalten. Nicht anhalten. Die diven dich. Du bist dead, wenn du da bleibst. Sehr schön. Sehr gut. Sehr gut. Die Invade ist dein kompletten Jungle. Ja, das ist halt so. Kann ich nichts machen. Ja, wir haben, also das Game, wenn das so weitergeht, haben wir gewonnen. Ja. Ja. Wir haben halt so viel. Nix. Wir haben alle 3 Carysys vorne, alter. Das ist insane. Top 10 down. First Blood Tower. Ja. 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 Let's go. No rexler hier. Ja, ja. Ich counter juggle den ganz selber. Ja, ich counter. Ich bin da, ich bin da. Ich hab ult. Okay, okay. Reicht, reicht. Ich kann mich halt nicht bewegen. Ah, ich überleb's noch. Ich meine Presse, alter, das hat ne Flash. Ich hätte direkt ulten sollen. Nee, ich hätte direkt Flaschen ulten sollen. Nee, ich hab reingehen, war einfach der Fehler. Wir hatten noch keine Ult, Leute. Aufpassen. Aber die Gruppen mitlein, die Gruppen mitlein. Wir müssen hier auspushen. Wir müssen noch rexler können da sein, rexler können da sein. Achtung, Achtung, Achtung. Okay, die scheint nicht hier zu sein. Ich hab rexler hier. Ja. Ja, ja. Ich hab barrier. Nen Sponschip. Ich hab ins und ulten sollen, alter. Top-Sold. Kriegst du sie gestand? Nice. Du, du, du. Wexler, 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 wexler. Vorsicht. Sie diven, die diven. 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 Ja, geht raus. Geh da voraus. Ich mach mentor. Ich hab noch keine ult. Aber einfach, einfach drüber dürfen. Ihr könnt, ähm, doch. Hotline, wenn ihr wollt, könnt ihr top gehen. Ich, ich lieber hot. Ich push das. Ja, pereg ist gleicher. Ja, dann. Ich glaub wir können das dann auch gleich, ähm, ja. Wenn wir unsere ult jetzt aufsparen, dann können wir das fighten. Okay. Wenn du ult. Komm dann einer bitte. Mach ich, mach ich, mach ich, mach ich, mach ich. Ich mach eh Stacks. Wenn du ult. Wichtig ist, wie gesagt, dürft nie vergessen, ihr spielt um unsere Carries rum. Mhm. Ihr dürft nicht einfach so rein engage'n. You think's? Ja, das war mein Bad. Komm. Samera-Spot. Ich brauch noch sehr... Äh, ja so, miss. Wir machen Harold. Ja, die könnten Harold machen. Das stimmt. Luke's Bob, both side. Vorsichtig. Ja. Ich mach deinen Raps aus. Ne, die gucken jetzt für Drake. Die gucken jetzt eher für Drake, glaub ich. Auf dem Drake. Auch den Drake. Auch den Drake. Äh, wir spitten einfach die Map. Wir lassen, äh... Ja, schön, top side. Ja, so moved. Ja, so moved. Ja, so moved. Stop. Wir Leute, wir gehen einfach Harold. Wir gehen einfach Harold. Wir gehen einfach Harold. Und die gehen Drake, oder was? Ich glaub schon. Was sind zwei Leute? Oh, nein. Ich darf einfach noch für den Wettbewerb. Ja, na ja. Noch nicht, da. Ich muss ein Holt rein sammeln und dann... Yasuo move? Ja, weiter. Ja, der Yasuo ist bestätig. Was ist das denn? Hm, scheiß, scheiß. Ich will da nicht reintreten. Nein. Ah, okay, der geht nach oben. WTF. Vorsicht, moved. Der ist moved. Der ist moved. Der wird komplett angekesselt. Geht da weg. Geht da raus. Bisschen weg. Bisschen fallen. Bisschen fallen. Komm, Arlen. W. Ich hab alles Abra. Ich hab Ult, ne? Ja, wir können mitte fighten. Ich hab jetzt Ult. Ult raus. Ult raus. Wir können mitte fighten jetzt mit Aurelion und Amomo. Also soll ich engagen, oder willst du? Ja, ein Gage und ein Appeals. Okay. Es ist besser, wenn du engage, weil du hast besseren Engage als ich. Nee. Ich hit meine Ult nicht. Ich hab den Dept-Uber. Ich kann hin-tipieren. Ich hab Dings Harald, ne? By the way. Wir können für Mitte droppen. Dann müssen wir einfach in der Mitte drücken. Ja, okay. Wir scheißen auf Top-Lean. Ja, Top-Lean ist nicht so wichtig. Die Mitte zu eröffnen ist viel wichtiger. Wir pulsen auch weiter. Wir machen auch weiter. Ja, ja. Wir machen jetzt Aram. Aram geben. Und achtet auf die Samira-Stacks. Wir werden von jedem Teil. Arkshan moved. Ja, ja. Raus. Wir können vielleicht schon engagen. Wir können das... Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Wenn die uns... Wenn die uns... Und wenn die uns ein-casseln haben wir nach... Wir haben genug bekommen. Wir haben genug bekommen. Jetzt... Jetzt können wir uns wieder aufteilen. Weil... Es ist jetzt Baron das nächste Mal ab. Und wir können noch Reset und so weiter und so fort. Ich geh Top-Lane. Ich geh Top-Lane. Ja, einer muss Top-Lane annehmen. Ich geh Top-Lane. Ah, jetzt am besten. Sonst ist die komplette Welt gleich weg. Und ein Drake. Und ein Drache. Und ein Drache. Ja, aber... Egal, es ist nah genug da. Ich geh Lär. Rache. 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 Ich muss bot. Was? Ich weiß nicht, ob du die killen kannst. Na doch, die hat nur Collector. Sieh lecker aus, ich bin da. Ich hab Ult, ich hab alles. Äh, Leute. Wir sind nur am stärksten. Sind wir zum Glück. Das hab ich nicht vergessen. Und eine Überzahlsituation sind die besser. Die haben Akschan. Die haben alles. Die können sich re-weifen. Tamera ist hier. Herr Luba. Luba saub. Ich rufe mir den. Ich brauch das. Können wir mal kurz reinrufen? Mhm. Ah, eh. Oh, das geht. Raus, 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 raus. Raus, 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 raus. Raus. Ja. Ja. Ich komme. Ich komme. Das sieht gut aus. Holy shit. Na vorne Steppen. Ja. Okay. Nice. Weiter, weiter, weiter. Barron vielleicht, Leute? Ja, ja. Ja, Barron. Ja, Barron. Ich kann einfach stehlen, aber wir möchten sie einfach... Wir brauchen hier auf Virgin, Leute, dann. Dass ja auch wirklich da nichts zu uns durchkommt. Ja, die sind so ruhig, ne? Hast du einen Ward oder so? Mhm. Ich hab einen. Oh, der Axchan ist hier. Der Axchan ist hier bei mir. Wer ist raus? Wo sollen die Warden heute hier? Ich glaub, das wird nichts mehr mit Barron, Junge. Nein! Ich hab meinen Shadow Flanen. Ich hab meinen Shadow Flanen. Hier, Red Buff. Ja, dann muffen wir einfach wieder raus. Mach Red Buff. Ich geh wieder bot. Ich geh kurz Top Flanen an, Junge. Ich geh auch Sonja's. Ich scan. Ich kann das werden sehen. Ja, die engagen die so oft, Alter. Hast du nicht Daff für eine Ult? Mir fehlen noch 300 Gold an. Ja, ich hab's nicht immer. Die hat immer noch 100 Sekunden verloren. Mit annehmen. Jinx? Ja, ich muss nur andersrum laufen, sonst kann ich hier. Schau mir mal deine Crax für Stacks. Mhm. Wir machen Vision bei Barron. Ja. Na, dann muss ich gleich. Ähm, kann ich noch nicht. Ich brauche mal nach oben. Gib mir mal die Wurst, dann habe ich mal einen Infinity Edge. Und nicht vergessen, wir dürfen nicht ohne seinen Seiten. Weil die Kollapsen uns zu schnell. Die Forsen, glaube ich, Barron. Ja, ja. Warum noch Vision? Guck mal nach. Ähm, die wollen die... Ne, 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 ne. Die machen keinen Barron. Die machen keinen Barron. Die machen keinen Barron. Chill kurz. Ich komm. Ich hab keine Ult, Leute. Wir sind da. Ich krieg Bot Tower. Ja. Ja, ja. Wenn ihr einfach Deft bleibt und Deft, dann... Ja, ja, einfach Deffen. Einfach nur Deffen. Verlieren. Arkshand ist Bot. 20 Sticks, Leute. Ja. Mitte Mitte Mitte. Achtung. So, careful Mitte. Drake ist gleich ab, Leute. Ja, ja. Wir können für Barron trainen. Die sind alle Bot Seiten. Wir können für Barron. Wir können doch Barron rushen. Während die Dings, äh, Drake machen. Wir trainen einfach Drake für Barron. Ja, ja. Okay. Ja, so ist Bot. Ja, perfekt. Das ist halt Barron. Let's go. Start, ich starte. Okay. Könnt ihr Vision klären? Nice. Hier ist gut. Schön. Resetten. Die werden gleich auf Top Line auftauchen. Achtung. Mitte. Dann sind alle Mitte. Dann sind alle Mitte. Dann sind alle Mitte. Ja, zumindest deren Bot Link. Wir wollen Mitte runterrennen, Leute. Dann sind alle Mitte. Ja. Na gut, dann ich engage. Ich engage. Na, okay, gut. Na Mira. Also am besten ist halt, wenn die in uns engage'n. Aber wenn sie nicht wollen, dann muss entweder einer, muss entweder Sion oder Amu engage'n. Ich, ich. Sion peelt besser. Oder ich peel besser eigentlich. Ja, eigentlich peelt Amu besser, wollt ich schon sagen. Mitleiner ist nicht da, Leute. Vorsichtig, ne? Also wir sind hier nicht im Vorteil. Ich meine, engage' ist halt schwierig, ne? Ich, äh, darf ich die Bot Line annehmen? Nenn die Bot Line an, dann kommt ein Ruf der Mitte. Äh, fix mal die Wave, die Bot-Side. Ja, aber die können, die können dich hier überall catchen. Ah, Lux, hier, Lux, hier. Ich hab Ull. Nicht, nicht Auferfossen, nicht Auferfossen. Und immer dran denken, wir müssen in der Nähe von Jinx bleiben. Wenn wir zu weit weg von Jinx sind, kommt Rek'Sai einen One-Shot. Mach doch die Portals weg. Ja, die Portals müssen als erstes weg. Okay, Rek'Sai einen Blue-Buff. Ich komm mit, komm mit. Ja. Einfach Tower, Tower. Mach jetzt einfach nichts weg. Ja. Einfach. Nice. Okay, Tripple noch. Ist fein. Den haben wir. Sind wir uns, Aksha? Ich hab Ull noch für Samira. Jinx beschützen, Jinx beschützen. Der ist schön. Tresline, Tresline, Tresline. Rek'Sai, aus Raus. Unser Carry lebt doch! Tresline, aus Rek'Sai. Pruscht einfach. Obwohl… Doch, doch. Kenn weiter. Er können das, mein Evilion, ist takil genug, um da jeden Engage zu überlegen. Und die haben super viel genutzt, Alter. Tresline, Flauch raus. Also für das müssen die jetzt so viele Ressourcen aufwenden. Und dann raus, dann raus, dann raus, dann raus. Und jetzt, jetzt müssen wir halt um Drake spielen, Leute. Jetzt müssen wir um Drake spielen, weil sonst haben die Soul. Ja. Wenn die Soul haben, wird es für die zu einfach. Was soll ich bauen? Dann ein Dings hier, hier. Guardian Angel. Nein, das hier. Ja, okay, das wollte ich eh bauen. Okay. Da muss halt dann Damage, da muss Damage raushauen. Komm, er muss erst mal, er muss erst mal, er muss erst mal, er muss erst mal, er muss Stimmen, aber du brauchst definitiv gar den Angel noch, falls es so weit überhaupt kommt. Aber erst mal müssen, müssen wir Damage stecken. Damit die Gegner nicht an uns rankommen, müssen wir vorhin dann, dass sie uns flanken. Dafür ist halt ein Sinn nicht so gut, weil die vier Winkel haben, von denen wir uns engagieren können müssen. Obwohl, geh besser Phantom Dancer, als links das eine Item, was ich gesagt habe. Phantom Dancer ist gut für dich, weil du kannst damit halt schnell genug appealen und so. Also nicht selber, falls wir es nicht schaffen, dich zu appealen. Das ist halt eine kleine Absicherung. Guardian Angel kannst du auch noch kaufen, kaufst du auch noch. Dann hast du halt eine Doppelabsicherung. Ey, Leute, wir brauchen einen Ant hier. Nein, du bist der Aligner. Ja, ja. Ich bin frei, ich hab wohl. Ja, rechst du rein? Nein, nein, ich zone ihn, ich zone ihn einfach noch. Ja, bei der kann ich den Q nutzen. Red Buff, aber Dings, Jinx. Ich mach auch weg. Drake ist erst mal eine Minute, 30 ja. Nice. Ja, wir belagern die weiter. Ja, ja. Ey, die haben einen Red Bot gemacht von mir. Naja, haben die irgendwann nie. Das ist klar Top-Lane-Wave annehmbar, aber wir müssen da während T-Face mit mir weggehen. Leute, warum Samira? Wir müssen weg. Weg da. Ihr seid da alleine. Ich hab eh jetzt noch. Wenn die, die chillen hier zu 50, kommen gleich um die Ecke? Ja. Wir brauchen alle zwei Tanks. Wir brauchen alle zwei Half-Up-Race. Ja, aber trotzdem. Samira topside. Lauf, 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 lauf. Du schaffst sie nicht. 1v1 zerstört dich, Samira. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, dann resettet Jinx und dann rufen wir zu Drake. Ja. Vision aufbauen, Leute. Wir haben da kaum Vision. Also, so an Mira Gammel? Ja, weil die halt jedes Mal wieder reinlaufen und müssen zu clearen. Dann müssen wir halt mal gruben. So an Mira Gammel Top-Lane. Wir sollten das hier nicht catchen. Ja, mit Lame war schon. Ey, Leute, wir müssen jetzt anfangen zu gruben. Das geht nicht anders. So an Mira push Top-Lane. Okay, so an Mira move. Nice. Absen-Drake. Na, wir können enden. Wir können enden. Wir können enden. Es sind zwei Leute tot, by the way. Na, you train. Und wenn die jetzt versuchen zu verteidigen, dann... Ja, Suos-Bort ist... Das ist egal. Ja, genau zu sehen. Und wenn die jetzt alle hier sind, können wir einfach drei gehen. Ja, wer ja? Meine ich ja. Keine Sorge, ich bin schuldig. Die pushen jetzt so lange hier weiter, bis sie sich halt zu entscheiden. Die enden einfach, ey. Die enden einfach, ey. Aber wir können halt einfach enden. Die haben hier Su-Hinted. Okay. Einfach Nexus. Ja, Nexus. Gut Job, Leute. Was für ein Game, Junge. Und Leib. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.